peace leute was geht ab und herzlich willkommen zu meinem neuen video auf diesem kanal und ja leute wie ihr im titel seht heute geht es um den gamemaster und der fuckt mich seit tagen seit wochen ab leute und ich hab den einfach nicht geantwortet leute weil leute ich antworte nicht fremde leute leute also leute ich das ist kein fake oder so das ist 100 prozentig real leute könnt ihr gleich gucken ich geht's game master game master fahrers schon mal von erst ich werde dich finden ich werde sich auseinandernehmen ich bin der game master und dann hat er fotos gelöscht ey du bist online antworte oder ich nehme deine mutter von hinten was ist schreib mir endlich zurück und leute dat dann hier antworte mir hier schreib mir endlich zurück ich werde dich kriegen ich habe meine adresse von darknet herausgefunden auch wenn du mir nicht schreibst ich würde trotzdem zu dir kommen wenn du mir nicht schreibst wird der tut schlimmer sein aber wenn du mir schreibst dann mach ich es kurz also schreib mir lieber dazu weitere videos also gesendet bei meinem instagram und ich werde das jetzt alles nicht zeigen leute weil das viel endlich schreibst du mir ja 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 du hast angst du hast es gelöscht ich werde kommen ja 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 ha 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 hey willst du mit mir immer noch nicht schreiben traust du dich nicht ich schreib mir doch wenn du eier hast oder bist du ein mädchen mädchen ich werde dich ich werde kein mädchen töten deine freunde sind am arsch wegen dir die werden auch sterben kannst du denen auch sagen dann werden sie dich hassen die mögen dich haben die gesagt die haben gesagt lass verras unsere bruder in ruhe aber ich habe sie bedroht und geschlagen alles nur wegen dir digga gamemaster wer bist du wen willst du hier ficken sag mal wer bist du eigentlich ich sag dir eine ansage wer bist du hier eigentlich du weißt nicht mal wo ich wohne du weißt nicht mal wer ich bin also was ist das was ist das für eine scheiße also ich habe jetzt nichts gegen dich aber warum beleidigst du mich was ist das für eine scheiße ja also ich kann jetzt schreiben leute ihr könnt jetzt antworten schreibt in kommentare soll ich den schreiben oder soll ich den nicht schreiben oder soll ich den einfach blockieren leute ihr könnt entscheiden und ja leute ich würde mal sagen fortsetzung folgt leute also liked bei zehn likes kommt die fortsetzung leute und abonniert meinen kanal mit glocke damit ihr nichts mehr verpasst leute also wer bist du ag master wer bist du eigentlich also ich werde es nicht so viel sagen leute also hier noch ein game master digga da hat einfach mein gesicht auf sein profilbild geklatscht muhammad rap guck mal da hat auch so viele nachrichten geschickt ich bin game master ich habe dich ich sehe dich ich habe deine mutter gefickt der game master a hast du jetzt angst nah am wichsen hallo hier weitere videos hier das werde ich jetzt nicht holen hey du hohen sohn deine freunde sind auch am arsch wegen du nicht antwortest und ich dick dein herd digga wer bist du wer bist du eigentlich hä wer bist du lan dass du sowas schreibst ich beleidige dich jetzt nicht weil ich bin so ehrenmann aber was ist was willst du von mir was willst du von mir willst du spielchen spielen oder was leute fortsetzung folgt also der gamemaster schreibt mir noch weitere also leute liked auf jeden fall und abonniert das kommt auf jeden fall fortsetzung und wenn ihr das sehen wollt liked und abonniert bei 10 likes kommt fortsetzung leute also ich weiß ich habe das noch nicht alles gezeigt der schreibt mir noch leute und ja leute ich will mal sagen haut rein und bis zum nächsten video euer faras bro und ciao leute passt auf euch auf und habt keine angst wegen dieser scheiß game master oder so also leute ich weiß nicht was ich dazu sagen soll leute ohne witz ich weiß einfach nicht was ich dazu sagen soll leute ich weiß einfach nicht leute das ist einfach lächerlich und ja leute ich würde mal sagen das war es auch mit dem video folgt mir auf instagram farasadamnullnull da müsst ihr mir auf jeden fall folgen weil da also da poste ich von gamemaster so videos leute in meinen stories und so das ist sehr wichtig leute ihr müsst auf jeden fall mich in instagram farasadamnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnulln Bis zum nächsten Mal.